Hi, ich bin's wieder, euer Alex. Wir sind ja ziemlich spät in die Sächsische Schweiz gekommen. Jetzt machen wir uns noch marschbereit. Es regnet wie die Angst, aber wir haben eine Bofi gefunden, also beziehungsweise habe ich jetzt da noch die Gegend hier erkundet und jetzt geht's los. Mach deine Hand. Warte mal, Marlini, da vorne sind wir schon gleich. So, hier ist endlich die Bofi. Und jetzt wird's der Ziegmasser. So, alles schön trocken hier in der Bofi. Da kann man uns schön runterlegen. So. Komm, setz euch mal an Feuer, ne? Unser Schlafplatz. Soll ich mal eine Fliesjacka anziehen, Papa? Soll ich mal eine Fliesjacka anziehen? Na, den Mann, was ist er? Papa, ich hab Hunger. Jo, jetzt machen wir uns ein Bierchen auf. Habt ihr Wienerle dabei? Habt ihr Wienerle dabei? Habt ihr Wienerle dabei? Wienerle! Die können wir dann übers Feuer halten. Yes! Und, was? Er kennt doch noch die Gummibänder? So, jetzt machen wir unsere Sible. ich habe eine Kapanose hinein dazu mach mit, hast du Brot auch? das ist knäcke Brot und hier ist der Käpt'n Stefanowitsch gern los Lauf mal rüber Lauf mal da hin Lauf mal da hin ich höre mich auf alle müden Krieger okay, ich halte jetzt hat er Suppe Suppe gut, alles gut, oder wie? da sieht man aber nicht besonders viel da sieht man aber nicht besonders viel da sieht man keinen Sternhimmel da sieht man keinen Sternhimmel aber so, Freunde wir schlafen jetzt morgen wird es eine harte Tour und dann sehen wir uns morgen gute Nacht guten Morgen jetzt sind wir alle wach jetzt werden wir frühstücken und dann werden wir unsere Tour beginnen und das sehen wir dann in Teil 2 kommt mit 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 Wow! Nee, kommst du hier hoch? Ah, da bist du wieder aufs Deckenlein. Du bleibst drunter. Ich war da oben. Schon. Oh, scheiße. Das ist auf Video. 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 Das ist auf Video.